hallo und herzlich willkommen hier zurück zu subnotica meine lieben freunde schön dass ihr wieder eingeschaltet habt dafür gibt es applaus das ist super vielen lieben dank es geht weiter in der letzten folge endlich den bohrarm für den krebs gebaut haben aber noch salz im krebs den holen wir mal gerade das holen wir mal gerade sonst ist er nicht leer ich will wenn wir schon damit durch die gegend fahren soll der natürlich auch leer sein und dann fahren wir mal mit rolf los und krebs sie ja guck mal was wir so an material finden ich gucke auch noch mal gerade gleich ob wir den krebs nicht noch irgendwas ob wir dem nicht noch irgendwelche module bauen können die vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll sind die wir vielleicht ohne die materialien die uns fehlen bauen können das wäre ja ganz schön und zyklop hat ja auch überhaupt keine sachen haben wir ja noch nicht massiv module er konnte ich das nicht bauen ach nee das war glaube ich das tiefmodul für den krebs oder ich weiß es nicht das kommt man aber auch durcheinander polyaniline haben wir nicht dass das problem das brauchen wir auch computer chip ja so nah so nah brauchen wir nicht wir sind eher fern können wir nicht klare schacht erweiterung warum war das erst mal nicht wenn ich wissen wofür was was soll das eigentlich wollte ich mich ich wollte eigentlich nicht los aber okay müssen wir wohl wir lassen die mal gerade hier unten stehen das dauert mir sonst jetzt wieder zu lange ach leute so noch mehr salz sehr gut sehr sehr gut wir nehmen ein bisschen nahrung mit müssen sowieso noch was essen und noch was trinken gut das würde ich noch mal gerade hier krebs also das können wir nicht bauen hätte ich gerne das hier können wir nicht bauen hätte ich auch gerne das hier nickel erz war es nickel erz können wir auch nicht haben wir auch nicht der wurf haken das ist natürlich auch etwas was wir bauen könnten warum sollten wir den auch nicht bauen also da zwei arme wir bauen den erweiterter kabelsatz lithium fünfmal titan benzol einmal benzol haben wir noch können aber auch benzol noch nachbauen das geht doch mit dem mit dem blutöl da wo hatte ich das benzol denn gelagert irgendwo hat mir ein benzol stehen ich weiß nur gerade nicht wo da ok einmal benzol erweiterter kabelsatz war mit kabeln zweimal das dreimal gold insgesamt zweimal silber und gerade wie weit wir damit kommen habe satz kupferdraht und computerchip noch ja ich korallen probe zweimal und erweiterter kabelsatz und erweiterter kabelsatz lithium auch noch einmal oder fünfmal titan einmal das lithium benzol müsste es eigentlich sein oder das blei wer passt krebs wurf haken arm toll universal module die rumpfpanzerung ja das können wir wieder nicht prachtraum modul klar ist nie schlecht wenn wir schon losfahren das alles seemotte torpedos ok wir machen noch die rumpfpanzerung 3 mal titan lithium viermal diamant und das frachtraum modul einmal lithium 3 mal titan sechs mal titan lithium wir brauchen lithium auch als wir lithium auf dem weg auf dem weg sehen dann was war das jetzt noch daran auch noch etwas 8 module hier fehlt noch etwas für oder ich bin ja absolut genial ok dann haben wir die beiden auch jetzt habe ich irgendwas gedrückt egal wir nehmen mal ich weiß nicht ob ich die da irgendwo lagern kann tatsächlich doch kann ich die nehmen wir mal noch mit falls der rolf nicht ganz voll ist aber ansonsten müssten wir doch jetzt alles haben oder unsere ausrüstung warte mal den bauer den können wir hier lassen weil wir könnten den bauer mitnehmen und mal auch unser wobei das machen wir mit der seemotte andererseits ich wollte auch noch hier irgendwo hin warte mal wo war denn das da erdungskapsel 2 da wollten wir auch noch hin ich meine das können wir ja jetzt auch einfach mit rolf und krebs machen oder machen wir das machen wir das zusammen alles oi 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 das klingt nach spannung oder das klingt schon wieder nach spannung wir sind gespannt ich glaube hier hatte ich aber auch noch irgendwo ja hier habe ich auch noch essen ohne ende drin naja ist ja nicht schlimm pepsi po pepsi lass doch mal mich durch hier komm mal her wir hauen mal jetzt erstmal dich hier voll ach der ist ja gar nicht hier drin ach Gott nein jetzt nutzt die leiter nutzt sie kann man dem krebs eigentlich auch da unten die sachen rein knallen oder muss man jetzt da wieder hoch erstmal könnten den auch mal reparieren gerade ich glaube da müssen wir hoch für oder warte mal hier energiezelle vorrat energiezelle ne jetzt müssen wir hoch jetzt will ich mir das richtige auswählen da ja das klappt doch hier wie am schnürchen ok jetzt gucken wir uns das an so also der arm zack dann erweiterung und erweiterung bäm richtig krass äh tun wir grad Rolf an was hat der denn hier energiezelle laden stand null zack ausgetauscht 126 zack ausgetauscht hat Rolf jetzt auch wieder mehr Energie äh 169 100 jaa das reicht schon dies longcho oder? langt das für unser Vorhaben? bestimmt gut die Türen so dann machen wir hier ne hier ist getöns hier machen wir Batterien rein man sollte natürlich immer welche mitnehmen ne auf Lager haben aber ist egal ich hoffe dass das jetzt erstmal reicht joa gut Krebs ist da ausgerüstet Rolf ist da Essen haben wir mit Getränke haben wir mit was soll passieren oder? ähm in welche Richtung müssen wir denn überhaupt? da in welche Richtung war unser Nachbar? der ist doch auch da oder? ist der hier geradeaus? ich weiß es nicht so Maschine erstmal ein und drehen wir erstmal ne der ist geradeaus alles klar weil da ist jetzt sehen wir oben die die Dingens so da wollen wir hin ungefähr erstmal guck mal was wir was wir finden heute wie war das? Leertaste ist hoch aber was war nochmal runter? scheiße was war jetzt nochmal runter? Leertaste ist hoch kacke ah ok c gut nur damit ihr die steuerung auch kennt noch brauchen wir nicht leise fahren oder so wir könnten auch hier mal schön ja extremer Lärm kann man hier noch ist hier noch nicht so schlimm boing klatschen die Leute dagegen das gibt's auch das gibt's auch noch mal halbe Fahrt hier können wir an den Felsen vorbei manövrieren 95% was wir müssen erstmal aus dem seichten Gelöt hier raus als ob so ein kleiner Fisch so laut ist was was denn jetzt passiert? was war denn jetzt los? ey das war gerade als hätte mich jemand da irgendwie festgehalten was war denn das? das gucke ich mir erstmal an ach guck mal hier das war das ne? das war das hier war ich ja noch gar nicht leid Leute hier waren wir ja noch gar nicht wie denn hier ab? da gibt's ein bisschen äh da gibt's ein bisschen Kupfer vielleicht ok komm mal hier hin ja das ist alles so Gold gelötet hier das ist alles nix das ist alles nix wenn dann Kupfer ja war jetzt aber auch erstmal genug fahrt 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 Finden wir hier noch was Wichtiges? Ich wage es zu bezweifeln. Das ist auch ganz bitter, wenn man mich dann nicht mal trifft, ne? Bleib mich mal gerade ein bisschen auf, nur. Ja, komm, wir fahren dann weiter. Ich glaube, das hier ist ein kleines Gimmick für die Leute, die Spannung erleben wollen, noch in ihrer Anfangswelt. Aber für uns ist das natürlich hier, ja, man möchte sagen, extremst langweilig. Aber das ist nicht schlimm. Ein bisschen Kupfer hier mitnehmen. Das ist durchaus, ah, ist er auf. Durchaus gut. So. Okidok. Dann weiter im Text. Äh, wir legen das alles hier rein, ne? Ah, hier ist ein Healpack. Gut, das nehmen wir direkt an uns. Nehmen wir das erstmal hier alles rein. So. Ich hab nicht genug, das zu saufen mit, glaube ich. Wollen wir nochmal zurück? Ne, oder? Ich hab nur zwei Pullen. A 50. Ich hätte mal das Wasser hierhin transportieren sollen, ich trottel. Egal, fahren erstmal weiter. Müssen ja nicht ganz so weiter. Das ist ja... Wo ist es denn jetzt überhaupt? Wo ist es? Da. Das ist ja, äh... Glaube ich nicht ganz so weit weg, sodass wir da nie wieder wegkommen. Ansonsten haben wir ja ziemlich viel Wasser um uns herum. Äh, 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 öh, äh, 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 äh. Zeigt das mir eigentlich diese Mini-Fische an, oder was zeigt der mir da an? So, jetzt kommen wir mal hier in die offene See. C. Wer bumst mich denn da die ganze Zeit? Wo sehe ich Schaden? Wo sehe ich Schaden? Da. Ah, ist doch noch alles. Äh, ich glaube, ich mache das hier mal an. Okay, ein bisschen sehr... ...düsselig. Das gefällt mir nicht. Ich bin lieber mit der Seemotte unterwegs. Auch wenn der hier mehr aushält. Hä? Waren wir hier schon mal? Was sind denn so fliegende Inseln? Guckt euch das mal an. Ah, hier mal schön. Erstmal tröten. Ich hätte die Seemotte mitnehmen sollen. Nicht doof. Jetzt bin ich hier und weiß nicht, ob ich weiter soll oder nicht. Es ist natürlich auch wieder Nacht, weißt du. Also über uns sind auf jeden Fall die Großen. Ich würde gerne erstmal die Inseln da... Äh, ich gehe mir mal die Inseln angucken. Ohne Krebs, keine Sorge. Ja, das interessiert mich ja wirklich überhaupt nicht. Da war ich doch schon. Guck mal, das ist so ein riesiges Sinn, das, ne? Von denen, die wir schon kennen. Wo kann ich aber nicht scannen. Okay. Haben wir vielleicht auch schon. Gibt's hier irgendwas drauf oder... Ist das witzlos? Ich sehe mir eher witzlos aus. Muss ich mal ganz klar sagen. Ist ja gar nichts. Habe ich euch eigentlich gescannt? Du, halt doch mal einen Rand da. Ja toll, hier ist nichts drauf. Hier sind ja mega lane. Mega lane, mega lane. Na gut. Doch, da ist ein Wrack. Hier ist ein Wrack. Leute, hier ist ein Wrack drauf. Sind wir hier? Oh, da war irgendwas. Was konnte ich nachher scannen? War das der Stein? Ja, die Steine kann ich auch scannen. Ja, die Idee. Oh, schaut euch das an. Geht sogar hier rein. Gepunktet ist Alpha Blatt. Was haben wir hier drin? Das ist ja... Ach, guck mal, hier eine himmlische Ruhe. Das ist das Robi, ne? Ach, guck mal, die kennen wir doch noch von der Insel. Die gibt's also auch unter Wasser. Ist ja lame. Hier drin finde ich's schön. Vor allen Dingen hier ist man sicher. Außer von keinem Krabbelvieh. Egal, wir wollten uns das Wrack angucken. Was finden wir in dem Wrack? Irgendwas wichtiges. Sandstein. Ne, verschiedene Steine da auch nochmal. Okay, hier haben wir direkt mal PDA. Schön mal das PDA. Bauplan, Raubtier für Tauschkörper. Okay. Nicht schlecht. Brot. Tschüss, Brot. Ich brauche... Wo ist mein Rolf? Schüssel, wo ist mein Rolf? Kacke, Mann! Oh, benutze es doch! Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ey. Pfff. Ich muss mit dem Rolf, glaub ich, näher ranfahren an das... Wo war denn das jetzt überhaupt? Komm, ich fahr mit dem Rolf hier was näher ran, das hat ja keinen Zweck. Ehe ich mich da... Ehe ich da Rolf nicht wiederfinde, weißt du? Fahren wir jetzt mit dem Rolf, ehren wir nochmal hoch. Oh! Wo ist das denn jetzt? War doch hier irgendwo. Ah nein, das passt ja jetzt. Jetzt sieht man Rolf. Mit seinem roten Glubschauge da. Okay. Wo geht's rein? Hier bestimmt, oder? In dem Rohr? Oder auch nicht. Hey, das ist ein ganz schön großes Teil hier. Wo ist denn der Eingang, Leute? Kann mir das irgendjemand sagen? Wo kommt man denn hier rein? Da. Ja, Leute, wo soll ich denn da? Da muss ich ja echt früh raus dann wieder. Da muss ich ja echt früh raus dann wieder. Weil wir ja nicht so viel Energie haben. Äh, Sauerstoff. Stroh? Ähm. Kann ich das hier... Laser schneiden? Oh, nimm es doch einfach dahin jetzt! Nee, kann ich nicht. Haben wir das noch nicht? Immerhin ein Pflanztopf. Muss gar nicht erst mal wieder zurück. Ich kenne eine Batterie gerade, ne? Wir gehen erst noch mal zurück, sonst haben wir hier ein Problem. Heute sind wir mal... Geben wir mal nur mal sicher. Ja. Ist aber auch wieder weit weg geparkt. Wir müssen noch ein bisschen geradeaus mit dem. Wir müssen noch ein bisschen geradeaus fahren mit dem. Noch weiter Richtung Eingang. Das ist ein großes Wrack. Boah. Das ist ja die halbe Aurora, die hier liegt. Mein lieber Scholli, ey. So, jetzt... Jetzt haben wir hier perfekt. Jetzt sind wir perfekt dran. Äh, wir sollten noch mal was trinken und essen. Soll ich das Gefühl? Hier, so einen ganzen Block hier mal reinballern, ey. Geil. So. Gut. Gibt es dann wahrscheinlich... Gibt es hier mehrere Eingänge? Na, wir gucken erst mal den einen durch. Maul halten. Aber ich bin ganz am falschen Ende. Ich trottel. Labidu, labidu, labidu. Guck mal hier. Ach, immer nur essen. Ich brauche Wasser hier, Leute. Habt ihr mal... ...neine Kiste Wasser? Was war das? Schon wieder essen. Oh. Immer Brot. War das hier irgendwie ein Brotschiff? War das hier ein Brotschiff, Leute? Der Brot transportiert? Das ist nicht so geil. Ich wollte eigentlich hier auch mal... ...was anderes. Schön mal ein Wässerchen. Na gut. So ist es jetzt. So ist es jetzt. Gehen wir wieder rein. Gehen wir wieder rein. Hier... ...ist auch überall Strom. Aber jetzt nix wirklich zum Scannen, ne? Versiegelte Tür. Die schneiden wir uns natürlich auf. Ach, Leute. In der Minute ist die Folge schon wieder zu Ende. Die Zeit rast in dem Spiel. Aber auch, ey, mein lieber Scholli. Eieiei. Überall ist der Stroms-G. No signal. Hebs, Schubkanonenarm. Boah. Okay, das gibt doch noch mehr Armfragmente. Eins von zwei. Gib mir direkt den anderen. Liegt doch hier. Liegt doch hier. Schubkanonenarm. Kann man dann sich rückwärts abstoßen? Oder was ist das? Hebs. Haben wir alles. Ey, macht da draußen aber auch immer einen Krach. So, wir müssen noch mal raus jetzt. Geht's hier noch weiter? Ja, hier. Dann schneiden wir die noch gerade auf. Das schaffen wir noch, oder? Gehen wir zurück in Räume und machen das Fragment dann offensichtlich in der nächsten Folge zu Ende. Äh, Fragmente, das, äh, das Wrack. Die ist Frog. Okay. Gucken wir nochmal hier. Gehen wir nochmal hier hoch. So, und verabschieden uns hier. Mit Sicht auf nicht so viel. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich, äh, ich schon. Doch, ich würde sagen, schon auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7. Und eine 7 ist das Höchste auf der Skala. Also, ich sage tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei SAP Nodika. Haut rein. Heute ist übrigens Aschermittwoch, ne, kommt die Folge dann. Ab heute, sechs Wochen Fasten, liebe Freunde. Denkt dran. Ciao. Macht's gut. Ciao.